Jo hei Leute das im Ort zum letzten Mal da wir sind auch ein bisschen ausgelobt haben erst selber aufgenommen wie den Speicher und jetzt der zweite Teil das B-Day Speichels die Fussball er hat auch mal die Sparmer guckt ja ich hätte so gut so Prozent wir hatten hier nicht lange machen denke ich mal kleines Duell machen und dann geht für den Städte ein ab nach Hause genau dann schmeiß ich der Mann raus wir haben sie auch schon halb zwölf hinter Nacht war noch mal angefangen weiß ich gar nicht müsste ich gucken wenn ich das ist das Video aufgenommen hat von Zelda auf Kieler und Spieleinstellungen wie viele Spieler sind dabei zwei Stück sind dabei zwei Spiele Miesmann und und keine Liga Spielbrett oder gibt es ein cooles das war's glaube ich begrenzen wir auf 20 ja so alle ja ok bei der Wärme zocken ist auch nicht gut wir haben es ja 28 Grad hier bei uns ihn erfuhrt ja war präzter und Stadtreinfolger ja die drehen und seite ja ja komm glaube uns nicht so viel zu wir wollen ja anfangen mit zocken ja ja Nacke 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 Wanns das? Mäisto ja ich bin Mario 10 Münzen ja ja ich glaub das Geräusch hast du erfunden ok was denn gut hier fällt noch ein na ne na fast als Yoshi oh du hast nen Buhu als Partner so'n Dreck wie denkste es klappt jetzt bei dir auch oha Bette ja Tako äh 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 da ist noch Treff ha und wieder zurück leu gleich wieder ne doch kein Bette ich hab auch ich hab auch ich hab auch eins oh 10 und wieder beim Stern ja genau immer bei dir ich brauch da hinten einen Partner ja ist noch kein äh 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 okay man weiter die die meine Güte dein Schnapp Piranha hat einen Würfelblock gefunden so ein Dreck so ein Dreck auch krieg aber nur eins und mir wäre lieber wenn ich da stehen geblieben wär ja wenn du das Mail kriegst richtig und so krieg ich auch eins das ist doch ich brauch Münzen Moment bei mir kommt der mit doch nicht ich wusste es ich kann ich kann wir haben die Partner arbeiten auch nicht für umsonst ja und schon wird auch ein block gefunden aber ne das rücksches jetzt nicht dass ich alle meine Münzen verliere Ah, ha. Targetzeit. Happening! Minus 10, minus 10, minus 10. Yes! No, scheiße! Yoshi. Oh, Münzen, unbedingt. Na, hello. So, jetzt. Battle. Ja, du gewinnst, du Arsch. Oh, noch? Nee. Du gewinnst. Geile Scheiße. Pling. Plus, plus 20. Musst aber drücken. Plus, plus 20. Ja! Jetzt hab ich gar keine mehr. Ja. Mann! Da vorne auch, da geht mir der Geist flöten. Ja, da geht mir der Geist flöten. Ach, Mann. Und ich krieg mir so 10. Willst du mich verarschen? Nein. Wenn ich wieder drübergekrieg, schaue doch kein. Wenn ich merke das nicht. Ja, aber du liegst in Führung. Ja, noch. Ich hab dann kein Wort mehr mehr, du kannst mich schaue, wie du siehst. Ich kann dich schaue, wie ich will, ja. Okay, kommst zurück. Oh, ich lauf zu weit. Und? Was, ich meine, hast du jetzt noch einen Partner? Bam. Was, ich meine, hast du auch immer getroffen. Weil du hast auch nur noch zwei. Ja. Wehe. Es war mir arschlar. Der mag dich nicht, der Stern. Ich merks schon. Ben macht die Schieße aus. Kommt keiner an. Naja. Komm, gibst von mir zu. Nein, ich hab gesagt, beim Let's Play entschied ich nicht. Ja, aber was macht man? Das mache ich nur, wenn ich... Nicht Let's Play und irgendwo nicht weiterkomme und ich da nicht kein Bock mehr hab. Aber das sehen ja meine Abonnenten nicht. Ja, wer, ich kriege jetzt wieder nichts. Das ist schon klar. Das bist du da am Ausgangspunkt. Ich geh jetzt auch mal mal da hin. Äh, du gar keine Münzen. So macht's doch überhaupt keinen Spaß. So ein Eis. Ja, so macht's überhaupt keinen Spaß, ja. Ohne muss nichts los. So ist es. Ich hab' diesmal auch nichts gekriegt. Ich kann mich doch nicht mal was zu trinken holen, zum Glück am Stein noch sehr guter. Als ob ich nichts zu trinken hätte. Geh mal was holen. Bitte. Ich hab doch wie so ne Bergzwiebel. Oh ja, dann... Keine Angst, ich spiel nicht für die Leute. Oh Mann, ey. Nein, Stefan. Ja, liebe Leute, ich glaub jetzt muss man warten. Ich hab' deine Abonnenten unterhalten. War zwar nur kurz, aber immerhin. Das freut mich. Geh? Ich weiß noch, wie nett ich bin. Ich danke dir.